Ja, herzlichen Dank an Harald Gmeiner von der Alpenregion Tegernsee-Schliersee für die Nominierung zur Eisbacke-Challenge, auch wie das Markus Wasmeier-Freilichtmuseum werden natürlich spenden. Jetzt geht es erst einmal, bevor wir mit unserem Freund Olaf an die Nominierung. Also, an dieser Stelle möchte ich nominieren, den ersten Vorstand der Werteproduzenten Andreas Eibel von der Eibel-Schokoladenquelle, als zweiten unsere Freunde von CBO in Schliersee, Matthias Brandl und Robby Forster und als drittes möchte ich nominieren, der ist nämlich gerade da, unseren Lieblings-Caterer Pepe Kalteis. Gut, Olaf Walte, deines Amtes. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, Olaf. Nicht so viel. Nicht so viel, kalt genug, kalt genug. Ich werde nicht schreien, glaube ich. Herr Wagner, bereit? Olaf Personalgespräch danach, gell? Bereit? Bereit. Alles klar. Sicher? Sicher. Ganz ehrlich? Ja. Gut. Boah, ist das kalt. Ja, ist das kalt. Jetzt läuft es in die Unterhosen, Boah. Boah. Boah.